Verbleibende Kapazität 89 Prozent. Geschwindigkeit 135 kmh. Geschwindigkeit 135 kmh. Verbleibende Kapazität 67 Prozent. Verbleibende Kapazität 60 Prozent. Verbleibende Kapazität 49 Prozent. Verbleibende Kapazität 49 Prozent. Verbleibende Kapazität 50 Prozent. Verbleibende Kapazität 69 Prozent. Spitzgeschwindigkeit 134 kmh, Spitzgeschwindigkeit 133, verbleibende Kapazität 27%. Spitzgeschwindigkeit 134, verbleibende Kapazität 19%. Spitzgeschwindigkeit 134, verbleibende Kapazität 19%. Spitzgeschwindigkeit 134, verbleibende Kapazität 19%. Spitzgeschwindigkeit 134, verbleibende Kapazität 19? Spitzgeschwindigkeit 174, verbleibende Kapza 3, 2, 1,2.... Untertitelung des ZDF, 2020